gleich. Peter, was kommt da? Score. Score. Ich gucke mir das an, was ich morgen mir auch wieder anschauen werde, aber ich habe das aufgezeichnet von heute Nachmittag, nämlich Youth League. Youth League. Ich hoffe, dass irgendwann mal Kevin Korani da für einen Trailer steht. Nichtsdestotrotz, wir haben nicht nur Youth League, wir haben eben auch Score und diese Schenker verreden die Dinge. Den Trailer kann er aufstechen.